Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist der müde Jens. Neben mir sitzt Chaos Rika und gemeinsam präsentieren wir euch Resident Evil 4. Viel Spaß. Passt. Finde ich wohl. Das Viel Spaß hat da nicht mehr reingepasst. Wieso denn nicht? Kannst du es wieder auf die Seite bitte packen? Das ist jetzt nicht mehr mein Stuhl. Dafür habe ich ihr den Monitor weggedreht, weil ich habe heute, ich gucke ja, ich habe ja gestern die ganzen Videos eingestellt und heute auch schon das erste Video wieder angeguckt, kurz geliked. Man sieht jedes Mal, wie du nach da guckst. Nein, das kann gar nicht sein. Das habe ich nie getan. Das ist mega auffällig und stört total. Rika macht jetzt gleich die Cam aus, weil sie eine Gurke verinnerlichen möchte. Soll ich auch mal ein Mikro stumm machen? Das geht separat nicht. Das müsste ich tun. Muss DMS wissen, ob er dich kauen hören will. Gott. Nein, habe ich nicht. Kannst du mich nicht abschneiden im Bild? Ich könnte dir den Hals durchschneiden, aber das ist das Einzige. Hier soll ich schon mal Linien mal. So sprich kurz. Damit du heute Nacht weißt, wo du mich töten musst. Ich finde den letzten Ausfallpunkt nicht. Was suchst du denn? Irgendwo ist noch ein Punkt, der gelb leuchtet. Also jetzt ganz ehrlich, pass auf. Guck mal, so ist das doch völlig ungefährlich. Ist doch alles okay. Ist ja eh im Greenscreen. Das Ding sieht man ja eh nicht wirklich gut. Naja, bleibt jetzt so. Jo, ich würde sagen... Ich weiß nicht, was du gesucht hast. Ist egal. Wir gehen direkt weiter. Ich weiß nichts mehr. Es ist eine Woche her. Ich weiß, dass es echt schlimm mich nervt. Ja, aber es ist echt wirklich nur eine Woche her. Und? Ach, übrigens... Jetzt, wenn wir in der Villa waren. Das ist eine Burg, aber okay. Ja, okay. Und wir sind mit der Burg nochmal ein ganzes Stück zurückgelaufen, weil ich den letzten Schatz einsammeln wollte, der hier noch rumlag. Und jetzt müssen wir nur den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Dein Ernst? Ja. Oh Gott. Aber das ist nichts Problematisches. Eigentlich dürfte uns jetzt keiner mehr nerven und zu uns stoßen. Und ich bin der Meinung, jetzt wo wir über die Dings kommen, die jetzt alle wieder. Nein. Ist nicht Dark Souls. Ich muss mich trotzdem... Ich muss mich leider nochmal... Hi DMS, wie geht es dir? Was machen Frauenkinder? Was machst du denn jetzt schon wieder für den Unsinn? Das Spiel ist in der Nacht sehr leiser. Bei mir aber auch. Ich habe es mir vorhin leiser gedreht, weil ich Rika ein Lied vorspielen wollte. Ich will abgehen. Abgehen. Dein Mund hört sich das so falsch an. Die klingt wirklich wie du, wenn du mal kurz gelaufen bist. Danke. Du mich auch. Ich habe heute hinten Rasen gemäht. Ganz alleine. Ja, ich wollte schon sagen, ich habe das Wochenende eigentlich jetzt nichts zu tun groß. Ja, aber wochen wir es heute auch regnen? Nein, ich wollte nur sagen, ich kann halt immer irgendwas machen. Aber an sich wäre ja rein theoretisch Gartenarbeit so ein bisschen angesagt. Aber da Rika heute und gestern schon quasi die Gartenarbeit übernommen hat... Weil ich hatte keine andere Wahl. Ich hätte ja gerne mit dir das gewartet. Ja, ich dachte, okay, jetzt hör auf. Ich habe gerade was Nettes gesagt. Das habe ich nicht gehört. Weil Rika es schon geschafft hat, die gesamte Gartenarbeit zu machen. In Ausnahme der zwei Sachen, die ich mir sowieso im Urlaub vorgenommen hatte. Ja, mit diesen... Kanten, Stein und das Glätten. Ich glaube, das ist jetzt in der grünen Küche oder in der schwarzen Milchnummern. Auf jeden Fall habe ich es oben draufgelegt. Frau weiß noch nichts von ihrem Glück und Kind muss ich mir dann erstmal noch besprechen. Okay. Wie viel Geld hatten wir denn? Nimm mal. Also das mit dem Raketenwerfer tut mir leid. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Bei aller Liebe. Wir haben letztes Mal ein Video gesehen. Der Raketenwerfer, den du im... Genau, hier waren nämlich noch zwei Schätze. Den du kaufen kannst. Ich habe gesagt, der ist einmalig. Okay, Rika, glaubt das nicht. Nein. Hier haben wir kein Schlüsselelement. Okay. Hier war doch eine Leiter irgendwo. Wo war die denn? Ach, die war da. Ich frage mich jetzt auch an dieser Stelle, woher kommt der Nebel? Ist das Nebel? Ja, so ein bisschen. DMS, ich hoffe, dass das Pen & Paper hat ihr so ein bisschen zugesagt. Wie war es denn für dich? Ich frage mich jetzt mal so im Nachgang. War es für dich soweit okay? Oder bist du über irgendwas unglücklich? Über die Spieler. Da ist was. Über die Spieler? Mhm. Warum? Naja. Haben wir wirklich gespielt, ist die Frage. Wenn du ganz ehrlich bist, lautet die Antwort nein. Nee, ihr wart nicht auf Dauer in der Rolle. Mhm. Und das hat dich gestört? Oder jetzt im Nachgang stört dich das? Das Problem, nein, das Problem ist, man muss ja auch bedenken, Marc und Lisa, das war die allererste Runde, die sie hier gemacht haben. Die können das noch nicht so in der Rolle. Du hast ja auch Probleme damit. Mhm. Ich musste raus, weil ich die auf den richtigen Weg der Tugend führen musste. Ihr hättet auch. Ja, sonst wäre die Spiele wirklich nach zwei Stunden beendet. Ja. Die wären gegangen. Naja gut, DMS hat auch, als eure Entscheidung war, ob ihr jetzt die Straße weitergeht, hat er geschrieben, ich würde einen Scheißdreck tun und weiter. Ne, aber, ähm, könnte hier jemand, danke, das ist äußerst nett. Also du würdest, bin ich eigentlich von dir eher überrascht, dass du möchtest, dass mehr roleplayt wird. Nein, was heißt, nein, so, da, also. Zumindest so ein bisschen, oder? Ja, das, das Problem ist, ich. Du hampelst. Ich sitze noch nicht perfekt. Ähm. Warte, ich lese erst DMS, dann sage ich meine Meinung. Mach das. Für ein erstes Mal war es schon gut. Und ja, alle Teilnehmer müssen noch besser ans Spiel gewöhnen. Ja, ja. Also ich wusste ja, ich wusste ja auch teilweise, was ich falsch moin, aber ich musste rausbrechen, damit ich die beiden, also in der Rolle selber hätte das so, habe ich halt gemerkt, es funktioniert nicht. Also wenn ich jetzt 1a, also ich musste dann ein bisschen. Du warst nicht die Gechillte, die du gerne gewesen wärst. Ja. Also ich wollte teilweise, aber wenn ich noch die Gechillte gewonnen wäre, dann wäre ja nichts passiert. Aber ich fand eure Diskussion dann teilweise lustig. Also wie gesagt, mein schönes Vorzeigemodell ist ja, eure Diskussion um Meckes. Mit der Karte mit Mecks. Apropos, wir haben kein Meckes bekommen, denn wir haben erfahren, dass in der Nacht zuvor bei unserem Meckes der abgefackelt ist, beziehungsweise das Interieur komplett. Ja, der Innenraum ist abgebrannt und Jens und Marc sind dann extra noch da hingefahren und dann hat Jens mich angerufen, der Meckes ist zu, der ist abgebrannt. Ich so, ach du Scheiße. Also kein Meckes. Ja, also auf jeden Fall. Ja, 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 genau. Weißt du, da lächst man nach Pommes mit Ketchup. Sieht zu, wie Lisa währenddessen Chicken Nackets futtert. Ey, wir hatten alle so Hunger. Also wie gesagt, hätten wir mal Zeit gehabt, dann hätte ich auch gedacht, okay, kommt, wir machen das alle eine Stunde Essenspause. Und dann geht's weiter. Also ich hätte gern noch einen Tag drangehangen. Dass man noch die zwei, drei Stunden, die es dann wahrscheinlich noch gedauert hätte, hätte dann noch spielen können. War jetzt in dem Falle mehr oder weniger ja nicht möglich. Aber, ähm... War ja auch für diesen ganzen Stream-Ablauf... Es war ja ein Beta-Test. Genau, hab ich ja reingeschrieben. War ein komplettes Testen erst mal. Aber ja, ich wäre gerne bei mir mehr in der Rolle geblieben. Ich habe aber gemerkt, dass ich diesen tatsächlich dann doch teilweise... Also ich habe versucht, Lisa, weil sie dann ein bisschen die Führung übernommen hat, habe gedacht, lass ich sie mal machen. Und dann hatte ich aber dann doch... Musste ich so ein bisschen aus der Rolle fahren und sagen, Leute, hier, entweder wollt ihr jetzt das Spiel beenden oder nicht. Das gehört ja eigentlich... Sagt man ja, das würdest du bei keinem Pen & Paper mit Anni de Dacke oder so sehen, dieses Gespräch, was wir da geführt haben. Ja, das ist doch so ein bisschen. Aber du hast sie ja nie geguckt. Und Anni de Dacke ist jetzt auch keine fabulöse... Ja, ich habe jetzt nur gratis mal eine von Ben & Paper, weil das heute gerade wieder aufgebloppt war. Aufgebloppt? Ja, aber ich folge ihm noch auf Insta, weil ich ihn doch markiert hatte für meine Insta-Story. Und da ist das halt wieder aufgebloppt, dass die gerade eine neue Runde, wo Anni aber Spielleiter ist. Ja, ich weiß, ich weiß. Und ich glaube, da wird es... Aber gut, die sind ja auch eine eingefleischte Truppe. Nee, die haben sich erst durch das Letzte, was von Anni gemacht wurde, sind die erst so eine Truppe geworden. Ja, aber trotzdem sind sie jetzt... Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Und wie gesagt, für Lisa und Marc war es das erste Mal. Dafür fand ich, haben sie es eigentlich echt gut gemacht. Aber teilweise waren die schon zu sehr sie selbst. Ja, aber das ist beim allerersten Mal meistens so, dass du dir beim ersten Versuch halt eigentlich so Figuren machst, die dich quasi selber so ein bisschen ausmachen, weil du das cool findest. Also quasi, das klingt, als ob... Warte mal, da oben muss doch das erste Hilfesspray sein. Ich weiß nicht, was du jetzt suchst. Ja, warte, warte. Wir unterhalten uns. Währenddessen laufe ich ein bisschen. Ja, ich habe sowieso wieder... Nein, also ganz... War hier irgendwas? Ah, nee, oder ist hier? Ach, das ist so komisch, das Licht aufgeblitzt. Nee. Es ist beim ersten Mal meistens so, dass du dich nicht wirklich traust, eine gesonderte Figur zu spielen. Und deswegen spielst du eine, die deinem Charakter doch recht ähnlich ist. Lisas Figur war quasi eins zu eins eigentlich Lisa. Mhm. Ich finde es hier nicht. Na ja, gut, dann ist es halt nicht hier. Oder hängt es da oben irgendwo? Guck nochmal bitte auf die Karte. Guck, hier soll ein erster Hilfesspray sein. Drinnen? Das sieht aus wie drinnen. Habe ich auch schon. What the hell? Da in der Ecke. Geh doch da mal richtig gucken, bitte. Rika, ich bin doch dabei. Ich war hier eben schon. Ja, du bist sehr schnell immer bei allem. Die Blumen schneiden. Hm? Guck nochmal bitte, wo du jetzt stehst. Im Raum. Hier vorne auf der Treppe. Okay. Deswegen habe ich ja da geguckt. Hier eigentlich müsste es sein. Beziehungsweise hier in der Mitte liegen. Verstehe ich nicht. Da hoch komme ich nämlich nicht. Nee. So nicht, dass ich wüsste gerade. Nee, keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ähm. Ja, also wie gesagt, du spielst anfänglich immer einen, der erstmal nah an deinem Charakter ist. Dann fühlst du dich noch wohler. Und auch dieses Schauspiel, das lernst du ja so ein bisschen. Oder da eignest du dich irgendwann so an, wie du dich benimmst und so. Und kann ja auch sein, dass das vielleicht Lisa hat festgestellt, dass ihr Charakter ist und nicht liegt. Ich habe jetzt aber auch dadurch, dass es ja für alle quasi das erste Mal jetzt in dem Stream war und auch für Mark und Lisa sowieso das erste Mal war, habe ich ja auch nicht sehr darauf gepocht, dass die in ihren Rollen bleiben. Ich hätte ja auch als Spielleiter sagen können, nee, das kannst du jetzt nicht, weil. Weil du hast Angst vor, weiß ich nicht. Und ich habe ja auch bei dir zugelassen, dass du Powerplay machst. Weil ich mir dachte, warum sollte ich es dir verbieten, wenn du zeigst es halt dann den anderen quasi. Ihr habt euch auf einen Überlebens-Trip vorbereitet, ohne zu wissen, dass es uns über... Ihr fahrt ja an sich nur in die Ferien. Merkst, was daran nicht funktioniert. Der Ballsaal kann nicht weit sein. Nein, es hat so an dem Tag Spaß gemacht, aber ich habe auch wieder gemerkt, wie geistessehrend so sechs Stunden Stream sein kann. Ich habe schon... Also... Das hast du da sehen, ne? Nee. Was müssen wir machen? Blaue Medaillen zerstören. Große Halle. Große Halle, okay. Nee, hier... Warte, ne, 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 Partner hat ein richtig gutes Werkzeug, damit kann er... Hier ist wieder der Schiedsstand. Du kannst jetzt wieder rumballern. Üben, wenn du möchtest. Da draußen ist sogar noch ein Schatz. Und hier ist auch einer. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Goldener Keld. Die Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Okay. Nee, erst mal hier noch nichts. Und hier auch nichts. Wäre das dann nächstes Mal, kaufst du aber was, ja? Warte, lass mich kurz den Schatz von draußen holen. Der hier wohl sein soll. Wo ist er denn? Auf der Seite. Hi, Gießkanne. Ja, das darf man hier schreiben. Wir sind ja ab 18. Nee, aber wie gesagt, ich fand es trotzdem... Also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es auch schön. Ich fand die Reaktion von euch so ein bisschen schön mit der Karte, als ich euch gezeigt habe, dass ich eine Karte hatte von dem Haus. Ne? Ja. Das fand ich amüsant. Zeigte halt, wohin ich mich mal bewegen möchte. Und du warst so diejenige, die sich am wenigsten aufgeregt hat, als ihr so in das Monster reingeballert habt und es immer noch nicht tot war. Nee, doch, du hast dich am meisten aufgeregt. Lisa war gechillter, weil sie aber auch den meisten Schaden gemacht hat. Servus. Na, wie geht's euch, ihr süßen Mäuschen? Soweit ganz gut und selbst. Ich hinterhalte mich nicht. Ich soll ich ja fragen. Wir müssen uns alle gemeinsam etwas überlegen. Rika wird jetzt demnächst am Tage öfters mal alleine streamen und wenn sie Hogwarts durch hat, was ich dann vermute, dass das demnächst irgendwann passieren wird, was sie dann noch spielen kann. Hier. Mit dem doch nicht! Mach! Gott, ich weiß, wie möglich ist man doch was. In die Mitte ziehen. Ah, okay. Ah, shit. Die soll Hand üben. Richtig tatsächlich. Äh, mit was? Quadrat. Und ducken ist immer gut. Nee, ich hab mich verdrückt. Jetzt kommentiert die das auch noch. Oh, ein A. Dank Hunt. Dreht ihr das ruhig ein. Diese kleine sitzt da ein bisschen lassiv, oder? Also, wenn das lassiv ist, ne? Dann bin ich sexy. Ich hab leider nur dich als Gegenwert und alles, was andere Leute machen, ist sexier als das, was du tust. Nein, auf jeden Fall müssen wir uns halt irgendwas überlegen, was Rika spielen kann. Wir haben schon überlegt, wenn wir hier Resident Evil durch haben, werden wir wahrscheinlich mal Dead Space spielen, aber auf leicht, weil dann wird Rika grundlegend spielen. Da bin ich nicht. Nur halt für Kleinigkeiten. Und danach würde ich gerne, ähm, äh, würde ich gerne God of War Ragnarök machen. Harry Potter, alle Spiele zu den Filmen. Nein. Oh, wir haben Teil 2 hier gespielt. Nein. Nein. Ich möchte keinen Nervenzusammenbruch im Stream haben. Der reicht mir oft. Oh, warte mal. Ich sollte noch speichern. Bitte. Ich hab's ja jetzt nicht viel geleistet, aber ein paar Spiel speichern. Nein, ich hab doch... Ich hab mir ein paar Horror-Kurz-Games. Also, ich hab schon paar... Kannst du mit dem Wippen aufhören? Danke. Weil das einen bekloppt macht. Rika, ich mein, dass... Ein letztes Aufbäumen. Sonst kriegst du meinen Stuhl nicht mehr. Nein. Okay. Wieder so ein Rätsel. Mhm. Tick, tick, tick. Also, ich hab mir doch ein paar Horror-Shooter rausgesucht. Naja, Shooter sind's jetzt nicht. Ne, Shooter sind's nicht, nein. Horror... Horror-Advention-Games. Also, ich muss nochmal genau wegen Spiellänge und so gucken, aber... Gott. Wenn ich irgendwo mehr Luft kriege, rede ich weiter. Aber grundsätzlich... Du bist im Lurk, geht klar. Ja, tschüss. Ich mach Brains... Wir sollen Brains-Songer machen, er macht Haushalt. Geht klar. Jetzt hab ich nicht geguckt, was für eine Aufgabe ich hier hab. Wo steht denn... Wo weißt du denn jetzt, was für eine Aufgabe ist? Ja, warte, ich muss nochmal zurück. Heute ist hier ziemlich viel hin- und hergelaufen. Ja, ich... Ich glaub, du solltest auch weniger reden und dich mehr darauf kümmern. Aber ich bin geboren, um zu reden. Nein, bin ich nicht. Ich hasse reden, am liebsten schweige ich den ganzen Tag. Ach, das tut mir sehr. Also, wenn du in der großen Halle die Medaillentotschießen willst, dann bist du hier wahrscheinlich gerade richtig, wenn du das machen willst. Ja, aber hier ist auch noch eine Medaille. Da stand aber in der großen Halle. Ja, ja, aber die große Halle... Guck mal, das hier würde ich als Halle bezeichnen. Das hier nicht mehr. Ja, da steht auch Speisesam, mein Schatz. Ja, ja. Ja, es tut mir leid. Okay, wir gehen uns erst mal das hier angucken. Genau, okay. Wir müssen diese Köpfe sammeln. Die waren doch da in dem Bild. Nee, das war nur das Relief, was wir suchen müssen. Ach so. Das war quasi nur der Hinweis, was zu tun ist. Ach so. So. Ich könnte, wenn du wolltest... Ja. Da hängt was. Mal eben schon noch ein paar spielen und die namentlich benennen, wenn du möchtest. Wenn du sie dir aufschreiben magst, weil ich werde sie mir nicht merken können. Klar. Nee, ich kann mir sie auch einfach dann in WhatsApp kurz schnell reinkopieren, damit ich sie irgendwo habe. Ich habe gesagt aufschreiben. Mir ist das egal. Ja, ich habe jetzt hier nichts. Warte mal. Hand grenades. Mal da, war doch... Du machst ja gerade eh nichts storytechnisch relevantes. Ja, ich arbeite das aber schon voran. Du machst so eine Nebenquest-Folge wie wir. Ich das immer gerne mache bei Hogwarts. Jetzt in dem Moment eventuell ja so ein bisschen. Aber es kann auch sein, dass wieder die Kämpfe wird. Also nächste Woche können wir ja schon mal sagen, sind wir im Urlaub. Da können wir ja nichts machen. Da wird in der Woche nicht gezockt. Das wird schwer. Aber das wird dann halt quasi nachgeholt. Oder am Samstag wird dann gespielt. Am Freitag bin ich noch am Überlegen. Da kommen wir gerade wieder, Schatz. Das kannst du vergessen. Nicht an dem Freitag. Ach so. Nee, diese Woche Freitag. Ach so. Ich glaube, Lisa ist arbeiten. Das heißt, wenn Rika nichts mit mir machen will, würde ich halt was alleine machen. Weil wir überlegen, ob ich ein bisschen Bällewind mache. Schießen üben. Natürlich habe ich auch noch Elden Wing. Aber da habe ich ja gesagt, dann würde ich jetzt erstmal soweit vorbereiten. Das war mir doch klar. Ja. Ich fürchte, sie haben uns. Shit! Ashley! Ashley! Wieso sind jetzt doch hier wieder Typen aufgetaucht, frage ich mich an dieser Stelle. Ich denke, wir haben alles geklärt. Was? Wieso weint er? Ach so, weil wir weg sind eine Woche. Ja, ich muss an die Seele mit meiner Krankheit. Es sei mir gestattet, Jens zu in den Führern. Und da wir ja hier nur noch Rikas Krankheit in alles haben. Ich habe ja gesagt, dass mich deine Krankheit langsam echt ankotzt. Ja, denkst du, mich kopf es auch nicht an, dass ich nicht mal eine Woche gesund sein kann? Ich bin die Erste, die das hier ankotzt. Warum habe ich nicht nur eine chronische Krankheit? Jetzt habe ich zwei. Nein, ich bin die. Auch kein Mensch. Nein, auf jeden Fall. Die Kaninchen machen Liebesurlaub in Hannover. Ich nenne das jetzt immer Liebesurlaub. Äh, weil Panna ja auch krank ist und versorgt werden muss, David sprecht. Den kann man ja nicht einfach so mal eben zu Hause lassen. Und dann fahren wir für ein paar Tage an die See. Und ja, es sei mir einfach mal gegönnt. So. Ich rede gleich erst mit dir, wenn der Kampf vorbei ist. Danke. Dann lese ich dir Spiele vor und dann muss ich mir deine Meinung dazu sagen. Was ist denn mit dem, mit dem ich gerade geschossen habe? Ja, das war so schön. Da ist ein blaues Ding drin. Ja, ja, das werde ich jetzt bestimmt nicht. Autsch. Na, das war klar. Dass ich da nicht gegenkomme. Ja, ich warte erst. Das ist jetzt nicht so dringend. Ich sag... Ja, 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 ja. Das habe ich uns weggemacht. Ups. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Autsch. Autsch. was ist er denn? ok hab ich was mal ja 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 Hmm. Oh, fuck. Oh, fuck. Ashley! 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 Das hilft dir glaube ich überhaupt nicht, ne? Ne, ich bin grad. Hideln los! Unter! Powerd was Wasser angeht! Oh, noch einer. Hmm. Oh, noch einer. 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 Oh, noch einer.